Ja, schönen guten Morgen, dann fangen wir an. Ich bin Rainer Rudolf von der Deutschen Botschaft in Wien und begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu der mittlerweile erfreulicherweise schon dritten Veranstaltung unserer Tech-Reihe, die wir zusammen mit dem Forum München der DGAP veranstalten. Ich stelle Ihnen erstmal meinen Co-Gastgeber Amadeo Geigel vor, Amadeo, einmal winken, dass das alle dich sehen. Das ist eine Reihe, in der wir eben nicht so ein klassisches außenpolitisches Thema besprechen, sondern übergreifend Fragen wie Innovation, Technologie und eben Politik in unseren drei Ländern, Deutschland, Österreich und Schweiz besprechen. Wir haben heute das Thema Greening Duck, also es geht jetzt nicht um, soll ich sagen, um grüne Dächer, sondern natürlich um die DACH-Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Money, Muscle and Mindset ausgewählt. Und es soll gehen natürlich um die klimafreundliche Umgestaltung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und die politischen Voraussetzungen dafür in den Ländern. Also, Money, was kostet der Umbau, was kostet auch der Nicht-Umbau? Wir sprechen da zur Zeit, also jedenfalls in Deutschland und Österreich, viel über die Kosten. Aber die Frage ist auch, was kostet es, wenn wir diesen Umbau nicht machen? Muscle, was sind die Stärken und Schwächen unserer drei Länder und ihrer Unternehmen und Gesellschaften dort? Welchen Beitrag leisten sie? Und Mindset, haben wir das richtige Mindset dafür? Was muss sich noch ändern? Dafür drei tolle Referentinnen und Referenten heute. Ich stelle sie mal vor in alphabetischer Reihenfolge. Anastasia Hoffmann ist Mitgründerin und CEO bei der KITRO AG. Das ist ein Start-up aus Zürich. Sie wird das sicher gleich noch genauer darstellen, als ich das kann, das eine Software zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen entwickelt hat. Dr. Stefan Schleicher ist Professor am Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel in der Universität Graz und hat sich viel mit der Transformation von Großunternehmen hin zur klimafreundlichen und kohlenstoffarmen Wirtschaft befasst und Unternehmen dabei begleitet und beraten und wird dazu sicher gleich auch noch etwas sagen. Herzlich willkommen. Dr. Kira Finke ist neue Leiterin des Programms Klima und Außenpolitik bei der DGAP und war früher beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und hat sich da mit dem Zusammenhang von politischen und sozialen Folgen des globalen Klimawandels befasst. Bevor wir auf das Panel gehen, wird gleich David Hagebölling einführen. Er ist Researchfeller bei der DGAP und am Hasso Klattner-Institut in Potsdam. Bevor ich jetzt übergebe an den Panel noch zwei, drei technische Hinweise. Wir wollen das ja hier so, wie wir sagen, so ähnlich wie möglich wie eine echte Frühstücksrunde machen. Deswegen wäre meine Bitte, lassen Sie bitte Ihre Kameras an und die Mikros aus, damit wir uns alle sehen. Für die Diskussion nachher, ich schätze mal mittlerweile nach anderthalb Jahren Zoom, kennen alle die Funktionen, wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen, dann klicken Sie einfach unten auf das Handhebenzeichen oder schreiben Sie in den Chat. Das kriegen wir schon hin. Und letzter Hinweis, noch technischer Hinweis noch von mir, nur dass alle wissen, die Sitzung wird aufgezeichnet. Und damit übergebe ich jetzt an David, bitte, du hast das Wort. Ja, sehr herzlichen Dank, Herr Rudolf und Herr Geigel, erstmal dafür, dass Sie heute hier das Organisieren, Raum schaffen für ein Thema, das, glaube ich, wirklich sehr wichtig ist. Und tatsächlich, Sie sagten, Dach, ja, Dach, es geht tatsächlich auch um Dächer, denn wer die Debatte der Kanzlerkandidaten in Deutschland verfolgt hat vor einigen Tagen, da ging es auch um das Thema, ob wir nun Solarpanels also auf alle Dächer sollen oder nicht. Nun, also bei der DGAP ist es ja so, wir sind ja ein Außenpolitik-Thinktank und beide Themen haben natürlich eine globale Dimension, Technologie und Klima. Das Technologie- und Außenpolitikprogramm, wo ich Teil von bin, das gibt es seit letztem Jahr erst. Und jetzt haben wir ja ganz neu das Klima- und Außenpolitikprogramm, das bei Dr. Finke leitet. Und meine Aufgabe ist jetzt so ein bisschen, bevor wir jetzt von den Panelistinnen und Panelisten hören, also den wirklichen Experten vielleicht so ein paar Fragen aufzuwerfen und ein paar Themenkomplexe anzureißen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Also das Erste ist natürlich erstmal technisch-inhaltlicher Natur. Was sind eigentlich die Synergien von Umwelt, Klima auf der einen Seite und Technologie? Also was können wir uns von Green IT versprechen? Im Rahmen dessen, was uns bevorsteht an Umweltkatastrophen, auch an Umwelt- und Klimakatastrophen. Und artifizielle Intelligenz beispielsweise verändert natürlich die Art und Weise, wie wir Energie nutzen, wie wir Energie verteilen. Robotik- und 3D-Drucken haben das Potenzial, Industrien zu verändern, Lieferketten zu verändern. Also welches Potenzial für Effizienzgewinne haben wir eigentlich? Aber was sind auch vielleicht ein bisschen die Grenzen der Technologie, so wie wir sie abschätzen können jetzt, um realistischen Diskurs darüber zu führen? Und vielleicht am Rande auch noch, denn die Wirkung ist ja auch umgekehrt. Was kann also so eine Katastrophe wie die Klimakatastrophe als Chance für Technologie bedeuten? Wir haben das jetzt, glaube ich, bei der Pandemie ganz gut gesehen. Was bestimmt generell ein interessanter Vergleich ist auch, wie man auf Krisen reagiert. Was das bewirkt hat, also mit welcher Geschwindigkeit man da von etwas, was eigentlich der Grundlagenforschung weitgehend war, dann wirklich zu lebenswertenden Vakzinen gekommen ist. Also welche Chancen bietet hier auch die Klimakatastrophe für technologischen Fortschritt und aus den Benkmustern und Regelwerken, die vielleicht manchmal einen auch zurückhalten, auszubrechen? Der zweite Punkt ist, wie schaffen wir den richtigen Rahmen für diese, man kann es ja sagen, auf EU-Ebene wird dann normalerweise von gesprochen, von dieser doppelten Transformation, also einmal hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und zum anderen hin zu einer digitaleren Gesellschaft. Es gibt ja den famosen European Green Deal und die Initiative Europe Fit for the Digital Age. Das heißt, wir sind jetzt bis 2024 bei der EU-Kommission zumindest in einem Zeitfenster, wo beide diese Themen gemeinsam unter den Top-6-Prioritäten sind. Jetzt im Rahmen der Corona-Krise und des Wiederaufbaufonds, der aufgesetzt wurde, also was Darlehen und Zuschüsse angeht, sind das ja fast 700 Milliarden und dann kommen noch Forschungs- und Innovationsprogramme hinzu, sind ja, wenn man das zusammenrechnet, fast 50 Prozent sollen also auf Klima- und Digitalziele einzahlen. Hier ist halt die Frage, also Deutschland und Österreich beispielsweise haben sogar über die Ziele, die vorgegeben sind, hinaus gesagt, wir wollen das für Klimaziele und Digitalziele verwenden. Natürlich ist da die Frage, ob das dann auch so gemacht wird oder ob da Programme ausgeführt werden, die sowieso schon geplant werden. Aber in der Schweiz übrigens ist es auch so, dass in der Digitalstrategie der Schweiz, also Strategie Digitale Schweiz heißt die, die verabschiedet wurde, Digitalisierung wirklich als wichtige Rahmenbedingungen für Ressourceneffizienz beispielsweise gesehen wird. Ich glaube, darüber sprechen wir vielleicht später auch mit einer Liste nochmal, wie wir also effizienter beispielsweise mit Essen und anderen Ressourcen umgehen können. Also die Frage ist, haben wir dadurch die richtigen Rahmenbedingungen? Bestimmen wir uns, nachdem wir das jetzt politisch aufgerufen haben, auf dem richtigen Weg, regulatorisch, finanziell und industriepolitisch? Und wie kommt das an bei denjenigen, die forschen und die halt unternehmerisch tätig sind? Und die letzte Dimension ist die internationale Dimension. Und die muss natürlich rein, wenn man bei der DGAP ist. Und zwar ist es ja so, die nächste UN-Klimakonferenz steht vor der Tür im November. Und ich zum Beispiel vorspreche recht viel zu der G7 und zu den G20. Und auch dort ist es ein großes Thema. Die britische Präsidentschaft beispielsweise hat dieses Future Tech Forum jetzt das erste Mal geplant. Ein Agenda-Punkt in diesem Future Tech Forum, sogar ein sehr prominenter Agenda-Punkt, ist tatsächlich Green IT. Ähnliches gilt für diesen Trade and Technology Council, den die EU mit den USA gegründet haben. Es gibt dort eine Arbeitsgruppe zu Climate and Clean Tech. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist zum einen, wie wichtig ist diese internationale Kooperation? Was kann man da erreichen? Aber was ich auch wichtig finde, ist zu fragen, weil es eben in einen Technologiebereich geht, der international geopolitisch so aufgeladen ist. Welche Rolle kann Europa und jetzt in unserem Fall spezifisch die DACH-Region da spielen? Ist das vielleicht, na, ich will es jetzt eigentlich nicht Nische nennen, weil es dafür zu wichtig ist, aber ein Teilaspekt dieser Technologiepolitik, wo wir eine Führungsrolle übernehmen können und vielleicht auch eine positive Agenda aufsetzen können? Also diese drei Aspekte sozusagen, was ist technologisch möglich, welche Rahmenbedingungen brauchen wir und welche Rolle spielt internationale Kooperation? Das sind natürlich ziemlich viele Fragen, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Beiträge derer, die ja wissenschaftlich oder politisch oder unternehmerisch an den Antworten dann unmittelbar beteiligt sind. Ja, vielen Dank, das war ein weiterer Aufriss. Dann steigen wir doch gleich ein in die Praxis mit Anastasia Hoffmann. Wie sieht das aus, aus unternehmerischer Praxis? Ihr habt ein, ich habe das nur auf einer Website gesehen, ein für mich toll aussehendes Startup gegründet vor ein paar Jahren. Ich übergebe, bitte. Ja, vielen Dank. Ich werde gleich auch meinen Screen mit Ihnen allen teilen. Das hilft manchmal, wenn man ein paar Bilder noch dazu hat. Genau, also ich freue mich sehr, hier heute an diesem virtuellen Event teilnehmen zu können. Wie gesagt, mein Name ist Anastasia Hoffmann. Ich bin eine der beiden Gründerinnen von Kaicho und Herr Rainer Rudolf hat bereits erwähnt, wir fokussieren uns auf die Messung und Reduktion von Lebensmittelabfällen in der Systemgastronomie. Und dazu erzähle ich Ihnen gerne später ein bisschen mehr. Ich würde eigentlich in den nächsten fünf bis sieben Minuten Ihnen gerne einen Einblick in die Startup-Welt geben, wie und warum wir überhaupt angefangen haben, was unsere Erfahrungen wie auch Hindernisse sind. Und zum Schluss auch mit einem kurzen Hinblick auf die Politik, was sich da so ein bisschen oberflächlich gerade tut. Aber ich muss ehrlich auch zugeben, ich bin da keine Expertin im politischen Bereich, aber es ist bestimmt eine spannende Diskussion. Vielleicht kurz dazu, wie wir das angefangen haben und warum. Meine Mitgründerin Naomi und ich haben uns an der Hotelfachschule in Lausanne kennengelernt und dort im Rahmen von verschiedenen Praktikas wie auch Nebenjobs sehr oft im Gastgewerbe natürlich gearbeitet. Naomi war mehr in der Küche, ich mehr im Front of House. Und da wurden wir halt wirklich auf dieses Problem Food Waste aufmerksam. Und diese enormen Mengen, die wir da täglich entsorgen mussten, haben uns echt einfach, das schockte uns. Durch diese Arbeitserfahrung ist uns nämlich dann aufgefallen, dass Mitarbeiter in Kantinen, in Restaurants überhaupt keinen Überblick haben, wie viel von was entsorgt wird. Und wie kann man Prozesse optimieren und Food Waste minimieren, wenn man keine Messungen macht und keine Kennzahlen hat. Also das war schon schockierend für uns. Und je mehr man sich halt auch mit dem Thema beschäftigt, desto mehr kann man es nicht mehr ignorieren. Und dazu vielleicht einige Kennzahlen. Weil wir haben gesehen, dass ein Drittel aller Lebensmittel, die weltweit hergestellt werden, entsorgt werden. Und wenn man sich jetzt, und da brauchen wir ein bisschen Kreativität, wenn man sich Food Waste als Land vorstellen würde, wäre Food Waste der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen gleich nach China und Amerika. Also diese Statistiken, die haben wir nicht mehr erstellt, die findet man online. Aber das fand ich immer einen interessanten Vergleich. Natürlich hat es auch eine finanzielle Auswirkung auf die Wirtschaft. Wird es wie gesagt, dass weltweit über 2 Billionen Euro entsorgt werden im Jahr oder verschwendet werden wegen Food Waste. Und unten habe ich auch noch die Zahlen von der EU aufgelistet, dass sie da einen Vergleichswert haben. Aber eigentlich, also wir sehen klar, Umwelt und Wirtschaft sind negativ beeinflusst von dem Problem. Und dazu kommt auch, dass die Verteilung von Lebensmitteln sehr ungerecht ist. Während einige im Überfluss leben, haben andere nicht genug zu essen. Und das alles schien uns sehr unfair, weshalb wir uns entschieden haben, ein Produkt zu entwickeln, welches Food Waste automatisch misst und analysiert. Damit möchten wir eigentlich in einem ersten Schritt jetzt die Gastronomieindustrie unterstützen, dieses globale Problem anzugehen. Konkret kurz zum Produkt, wie das funktioniert, dass Sie sich da ein Bild machen können. Eigentlich ist es eine Hardware- und Softwarelösung, die Daten mittels Food Waste und künstlicher Intelligenz automatisch erhebt und analysiert. Das besteht aus drei Teilen und basierend auf diese Daten, auf diesem Online-Dashboard, dann können unsere Kunden, also Köche und Manager, einen Einblick in ihre Food Waste-Situation eigentlich erhalten. Und basierend auf dieser Analyse können Sie Arbeitsprozesse nachhaltig verbessern und dadurch Food Waste einsparen. Also die Fotos sehen dann eigentlich so aus, das ist vielleicht ein bisschen schockierend oder nicht sehr schön in einer Präsentation, aber es ist die Realität. Und diese werden dann von den Algorithmen quasi erkannt. Und wir machen da auch einen Unterschied zwischen vermeidbar und unvermeidbar, zum Beispiel wie jetzt Rüstabfälle oder Kaffeesatz. Die Kunden profitieren dann konkret von einer Reduktion von ihrer vermeidbaren Lebensmittelabfällen und können dann bis zu 8% ihres jährlichen Wareneinsatzes einsparen. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation für den Betrieb, aber auch für die Umwelt. Seit wir mit Kaichu in 2017 angefangen haben, konnten wir über 160 Messungen machen. Wir haben das Team vergrößert, wir haben bis Ende 2021 noch fünf Positionen offen. Wir haben natürlich auch diese Algorithmen entwickelt, von denen man 2016 und 2017 noch sagte, es wäre nicht möglich und über fünf Millionen in Funding erhalten. Natürlich war es nicht immer einfach. Wir hatten auch mit einigen Hindernissen oder Herausforderungen zu kämpfen. Mit unserer Ausbildung hatten Naomi nicht wenig Ahnung von den Grenzen der Technologie und den Möglichkeiten und auch wie schwierig es sein wird, diese verschiedenen technologischen Komponenten zu erstellen. Im Nachhinein muss ich sagen, das war vielleicht auch unser Glück im Unglück, weil hätten wir das gewusst, hätten wir es wahrscheinlich nicht angefangen, wie schwierig das ist. Die Suche nach einem geeigneten CTO hat sich dann auch als sehr schwierig herausgestellt, weil man ja schlussendlich jemanden einstellt für einen Job, von dem man eigentlich keine Ahnung hat, was die Person nachher genau machen muss. Also das war nicht einfach und der Person muss man dann halt vollstens vertrauen können. Was natürlich auch immer eine größere Sorge ist bei Startups, ist die Kapitalbeschaffung und dabei hat uns Covid natürlich auch nicht unbedingt gerade geholfen. Die meisten Kunden waren jetzt in dem letzten Jahr geschlossen und dadurch sind unsere Umsätze natürlich eingebrochen, was jetzt in der momentanen Finanzierungsrunde auch nicht unbedingt hilft. Jedoch muss ich sagen, hatten wir immer sehr große Unterstützung von der EU auch, von EU-Geldern, von der Schweiz, vom Startup-Ecosystem und konnten mit sehr, sehr coolen Mentoren auch arbeiten, die uns vor großen Fehlern bewahren konnten. Noch zum Abschluss einen kurzen Hinblick auf die Politik. Im Thema Food Waste tut sich seit einigen Jahren vieles. Während einige Länder wie China oder Singapur auch bereits konkrete Food Waste-Gesetze in gewissen Branchen implementiert haben, sind wir auch in der EU noch nicht ganz so weit, aber es tut sich einiges, wie wir vorhin schon gehört haben. Die Sustainable Development Goals der UN möchten ja Food Waste bis 2030 halbieren und da hat die EU auch jetzt schon erste Schritte veranlasst, um Standards zu definieren. Was mich persönlich erfreut hat, ist wirklich, dass anscheinend bis Ende 2023 konkrete Methoden und Ziele zur Messung von Food Waste definiert sein sollen. Und da schauen wir jetzt natürlich auch, wie wir uns bei diesem Gespräch einbringen können. Unser Ziel ist es wirklich, bis 2025 80 Millionen Gerichte zu retten und um dies zu erreichen, beenden wir dieses Jahr noch unsere Finanzierungsrunde, konzentrieren uns weiterhin auf die Produktentwicklung, um in den kommenden Monaten dann auch nach Deutschland, Österreich und Frankreich zu expandieren. Also falls Sie Interesse haben, mehr dazu zu erfahren, freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie mit mir in Kontakt treten und freue mich auf die Diskussionsrunde nachher. Vielen Dank. Ja, super, vielen Dank. Das war spannend und anschaulich. Ich kann nur sagen, also die Situation, dass man jemand einstellt, von dem man Dieter noch nicht weiß, was er oder sie genau machen wird, gibt es auch in anderen Lebensbereichen, aber das ist ein anderes Thema. Ich übergebe jetzt weiter an Kira Finke, die, glaube ich, nicht ganz bis zum Schluss bleiben kann, deswegen würde ich jetzt an Sie übergeben. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen diskutieren zu können. Mein Name ist Kira Finke. Ja, ich wurde schon kurz eingeführt. Ich habe am 1. September angefangen, das neue Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der DGAP zu leiten und möchte heute ein bisschen über Klimawandel und Technologie mit Ihnen sprechen und Ihnen ein paar Forschungsergebnisse der letzten Jahre vorstellen und ein paar Ideen einbringen hier. Ja, wenn wir über Klimafolgen und Technologie nachdenken, dann geht es zum einen natürlich um Emissionsminderung, also um die große, große Herausforderung, dass ein Teil der fossilen Energien, der größere Teil tatsächlich, der bekannten Reserven im Boden bleiben muss. Davon sind tatsächlich alle Sektoren betroffen, also Energieproduktion, da denkt man sofort Solarpanele, Windkraft und so weiter, aber eben auch andere Sektoren, über die man vielleicht weniger häufig nachdenkt, zum Beispiel Landwirtschaft, Verkehr, Gesundheit, Bauwesen, Militär und so weiter. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Die gute Nachricht ist aber, wir haben schon viele Technologien, die bereits vorhanden sind, die aber jetzt noch skaliert werden müssen. Dann der Bereich Anpassung. Wir haben auch in Deutschland gesehen, es gab riesige Hitzewellen, es gab Veränderungen in der Landwirtschaft, die eben auch hier erfordern, dass neue, aber auch alte Technologien eingesetzt werden, um sich an Klimafolgen anzupassen. Das sind zum Beispiel bessere Vorhersagen, Vorhersagen über das Wetter, also kurzfristige Mehrtagesvorhersagen, dann Klimaprojektionen, also wie entwickelt sich unser Wetter langfristig und auch Ernteertragsvorhersagen. Das ist sehr wichtig, damit Staaten in der Lage sind, zum Beispiel Vorräte anzulegen, wenn sie wissen, dass ein bestimmter Teil der Ernte, beispielsweise von Hirse oder Ähnlichem, ausfallen wird. Dann braucht man auch bessere Informationen für Versicherer, sodass Schäden durch Klimafolgen, durch Extremwetterereignisse besser abgesichert werden. Und auch müssen wir uns im Bereich Climate Smart Agriculture verbessern, Präzisionslandwirtschaft durchführen, weil eben, da verbinden sich die beiden Punkte an Passung und Minderung, weil wir eben auch durch die industrielle Landwirtschaft zwar zu einer erhöhten Produktion gekommen sind, aber der negative Effekt ist eben, dass wir eine sehr emissionsintensive Landwirtschaft haben mit großen Landmutzungsänderungen, die eben auch durch den extremen Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln sehr, sehr negative Effekte auf unsere Umwelt erzielt hat. Gerne möchte ich Ihnen eine Methode vorstellen, kurz. Das ist eine Methode, die erst vor ein paar Jahren entwickelt worden ist. Die früheste bisher bekannte Monsun-Vorhersage, die sehr erfolgreich war die letzten Jahre, eben den Einsatz und den Rückzug des Monsuns, des Sommermonsuns in Indien zu projizieren, zu prognostizieren. 40 Tage im Voraus, 70 Tage im Voraus für den Rückzug des Monsuns. Warum ist das so wichtig? Also, dass es an einem deutschen Forschungsinstitut entwickelt worden ist und jetzt auch in Indien zum Teil zum Einsatz kommen, tatsächlich für die Vorhersage des Monsuns, weil nämlich dann Farmer wissen, wann können sie beispielsweise sehen, wann sollten sie düngen, wann sollten sie die Ernte einbringen. Dafür sind solche Informationen von entscheidender Bedeutenheit. Und das ist tatsächlich nur möglich durch den Einsatz von neuen Technologien, durch den Einsatz von Hochkomplexen, Computersimulationen, Netzwerkanalysen, im Prinzip auch KI-Methoden. Und da eröffnen sich jetzt immer weitere Möglichkeiten, die uns eben helfen, auch mit einem veränderten Klima umzugehen. Man muss aber sagen, dass solche Forschungen, solche Technologien eben auch sehr ungleich verteilt sind. Und das zeigt sich in dieser Statistik hier. Hier sieht man eben, dass die Publikationsdichte sozusagen sehr unterschiedlich global verteilt ist. Das hängt natürlich mit finanziellen Ressourcen ganz stark zusammen. Es hängt aber auch damit zusammen, welche Universitäten bieten entsprechende Studiengänge an. Und da sieht man eben Europa, die USA, wir sind hier eben im Vorreiterstatus und sind eben dadurch eigentlich auch moralisch verpflichtet, anderen Ländern zu helfen, die ja auch unter Klimafolgen leiden, die wir mit unserem Lebensstil mit verursachen, sich an sie anzupassen. Also hier auch Wissensaustausch zu vermitteln. Ja, hier auch ein weiterer Artikel, Global Citation Inequality is on the Rise. Also die Tendenz ist eher steigend, dass sozusagen diese Ungleichheitsschere weiter auseinander geht. Dann auch gibt es eben historisch gesehen, wenn man jetzt in den globalen Süden schaut, extreme Unterschiede. Wir haben hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, extrem gute Wetterdaten, also historisch gewachsene Wetterdatensätze. Wir haben sehr gute Messstationen, sehr, sehr viele, ein dichtes Netz von Messstationen. Das ist vielerorts nicht so. Und das bedeutet eben auch, dass die Vorhersagen entsprechend schlechter oder weniger belastbar sind. Und das ist eben eine Wirkungskette, die sich an ganz viele verschiedene Bereiche fortsetzt. Und an die man oft einfach auch nicht denkt, wenn man über Entwicklungen in bestimmten Ländern nachdenkt. Dann noch mal zum Bereich Emissionsminderung zurückzukehren. Ja, hier sehen Sie noch mal, wie viel der fossilen Reserven wir ungefähr haben. Also 11.000 Gigatonnen CO2. Und wir dürfen eigentlich in die Atmosphäre nur noch 870 Gigatonnen CO2 entlassen. Also das ist eine Grafik von vor sechs Jahren. Da sind jetzt noch, ist jetzt noch einiges sozusagen dazugekommen, was in den letzten Jahren ausgestoßen worden ist. Und Sie sehen hier eben, das ist die große Technologieherausforderung, dass wir eben das nicht alles aus der Erde ausgraben, also die Kohle, das Öl, das Gas und das dann in die Luft entlassen und verbrennen, sondern eben, dass es in der Erde bleibt, dort, wo es quasi sicher ist und unsere Atmosphäre eben nicht zerstört, weil wir eben heute schon extreme Klimafolgen beobachten können. Das nur ganz kurz. Ich möchte auf einen Sektor hier spezifisch eingehen, weil wir nicht viel Zeit haben heute gemeinsam. Das ist der Bausektor, der eben auch oft nicht Beachtung, nicht benügend Beachtung findet. Und hier sieht man eben, dass wenn wir quasi so weitermachen wie bisher, also mit Kohle, mit Stahl und Zement bauen, dann haben wir einen extrem hohen CO2-Ausstoß, der dadurch verursacht wird. Und wir sehen hier noch mal das CO2-Budget unter dem Pariser Klimaabkommen von 2000 bis 2050. Hier sehen Sie, 2017 bis 2050 ist das schon rapide kleiner geworden, weil wir eben so viel ausgestoßen haben in den vergangenen Jahr, knapp 20 Jahren. Dann sehen wir hier, wenn wir jetzt mit Zement, Aluminium, Stahl und so weiter weiterbauen, dann verbauen wir im Prinzip das gesamte CO2-Budget. Das ist eine globale Berechnung hier. Da geht eben auch der Urbanisierungsbedarf von anderen Ländern, wie zum Beispiel in China, wo sehr, sehr viel gebaut wird, mit rein. Wenn wir jetzt allerdings anfangen, mit Holz zu bauen, da gibt es eben sehr, sehr viele technologische Fortschritte, womit man eben auch Holzhochhäuser zum Beispiel bauen kann, dann können wir zum einen CO2 einsparen in der Produktion und zum anderen eben auch eine Kohlenstoffsenke in den Städten schaffen. Eine Kohlenstoffsenke bedeutet eben quasi wie ein Wald, da speichern wir jetzt CO2 drin. Wenn wir jetzt Häuser bauen aus Holz oder andere Strukturen aus Holz bauen und diese sich nicht zersetzen, Holzhäuser können ja sehr, sehr lange auch bestehen und werden immer höher auch gebaut, dann für die Zeit, in der sich das Holz nicht zersetzt, haben wir dann eine Senke sozusagen über der Erde erschaffen. Und das kann uns eben gerade in diesem Jahrhundert über diese kritische Zeitphase hinweg helfen, wo wir eben diese extremen Herausforderungen haben. Wir haben hohes Bevölkerungswachstum immer noch. Die Bevölkerung wird sich wahrscheinlich in diesem Jahrhundert irgendwo einpendeln und stabilisieren. Aber wir sind sozusagen noch nicht über den Zenit rübergeschritten. Und andererseits diesen hohen Urbanisierungsbedarf, dass Menschen eben vom Land in die Stadt ziehen. Die Wende, diese große Transformation, die sich in Europa, die sich in unseren Ländern schon vollzogen hat, vollzieht sich eben global bisher noch. Ja, da gibt es nun mehrere Initiativen. Einmal das Bauhaus der Erde. Hier sehen Sie so ein Holzhochhaus, ein ganz modernes, das eben durch den Einsatz von verschiedenen alten und neuen Technologien, muss man dazu sagen. Also es ist quasi diese Balance, die wir schaffen müssen. Einerseits der Einsatz von neuen Technologien in Präzisionslandwirtschaft, in Bausektor und so weiter. Andererseits auch die Rückbesinnung. Was war eigentlich gut, was wir verdrängt haben, vielleicht durch den Einsatz von neuen Materialien. Und das hat jetzt auch tatsächlich in der Europäischen Union sehr starken Rückhalt erlangt. Das neue Europäische Bauhaus. Ja, und ich würde mich einfach freuen, mit Ihnen über diese Initiativen einen Dialog zu treten. und möchte mich noch mal bedanken für die Einladung, hier heute teilzunehmen. Ja, vielen Dank. Ich nehme mal die, ich glaube, es war die vorletzte Folie, die so gezeigt hat, wie viel von unserem verbleibenden Budget aufgebraucht wird, wenn die bisherige Industrie so weiterarbeitet, wie bisher im Beispiel Bayer Bau unter anderem. Ich würde damit nämlich genau an Herrn Schleicher weitergeben, der ja genau das gemacht hat, nämlich große Unternehmen, die, wenn ich das mal so einfach sagen darf, die da sind, die produzieren unter den bisherigen Bedingungen, weil ihre Umstellung beraten hat und mit ihnen Projekte entwickelt hat. Damit übergebe ich an Sie, Herr Schleicher. Ja, vielen Dank, Herr Rudolf. Mein Dank vor allem für die Initiative, dass Sie diesen grenzüberschreitenden Dialog starten. Ich habe, glaube ich, jetzt eine wunderbare Umgebung, in der ich mich hier präsentieren darf, nämlich Frau Finke und Herr Hagepelling haben mehr oder weniger das Framing gemacht. Und ich habe für mich den Eindruck, dass wir sehr oft dieses Framing, vor allem in den politischen Diskussionen, nicht ausreichend wahrnehmen. Ich kann auch, und das wird vielleicht eine Überraschung auslösen, bei Frau Hoffmann anknüpfen, denn sie hat gezeigt, was man am Ende der Wertschöpfungskette tun kann und wie man hier also mit vielfältigen Formen des Recyclings weitermachen soll. Und ich starte jetzt am Beginn der Wertschöpfungskette und möchte Ihnen dazu einfach drei Beispiele präsentieren, von denen ich glaube, dass Sie auch internationalen Stellenwert haben. Zur Erinnerung, wir haben ein ganz großes Problem bei den sogenannten Hard-to-Ebat-Industries. Das sind eben Stahl, Zement, Beispiele sind schon angeklungen, wo es nicht nur um die energiebedingten Emissionen geht, sondern auch um die sogenannten prozessbedingten Emissionen, die wir mit unseren gegenwärtigen Technologien einfach nicht vermeiden können. Und dazu zeige ich Ihnen jetzt nochmal ein Projekt, das von Vöstalpine gestartet wurde. Das ist nicht nur für Österreich eine ganz große Unternehmung im Bereich Stahl, sondern auch, wenn Sie etwa die Emissionen anschauen, in einer europäischen Perspektive, im europäischen Emissionssystem, dort ist diese Unternehmung unter den zehn größten Emittoren aus dem Bereich der Industrie. Und diese Unternehmung ist sehr, sehr offen für neue Technologien im weitesten Sinn, nämlich nicht nur, wie Stahl produziert werden soll, sondern auch, wie Stahl verwendet werden soll. Und ich glaube, dazu haben wir auch schon im Kontext vom Bauen einige Hinweise bekommen. Was ist das Besondere an diesem Projekt? Das Projekt finden Sie im Internet sofort unter dem Akronym Age to Future. Und es geht darum, grünen Wasserstoff auf industriellen Skalen bereitzustellen. Grüner Wasserstoff heißt eben, dass der Wasserstoff aus Primärenergiequellen kommt, die eben nicht fossil sind, im Speziellen aus erneuerbaren, aus erneuerbare Elektrizität. Und die große Herausforderung ist, das Ganze auf industrielle Skalen zu bringen. Und da sehen Sie, wie es im Innern jetzt dieses Gebäudes aussieht, nämlich der Kern sind ganz spezielle Membran-Technologien für die sogenannten Elektrolyseure. Das ist eine große Herausforderung und hier gibt es eine große Kooperation mit Siemens. Und das ist der Lernprozess dieses Projektes. Das Projekt hat auch ein sehr hohes EU-Funding bekommen, ungefähr 18 Millionen von der Europäischen Union. Ich setze fort bei meinem zweiten Beispiel. Das ist das Projekt C2PAT und das ist der Akronym für Carbon to Products. Carbon to Products und AT steht dann noch für Österreich. Und dieses Projekt geht eigentlich jetzt noch einen Schritt weiter als das FÖSST-Projekt, nämlich was passiert hier? Wir starten bei einer Zementfabrik, das ist die größte Anlage für Zement in Österreich, die von Lafarge-Holzin betrieben wird. Und dort wird dann das CO2 abgeschieben. Das ist jetzt ein Strang und der zweite Strang ist jetzt wiederum die Bereitstellung von Wasserstoff aus erneuerbarer Elektrizität über eine Elektrolyse und beides zusammen wird dann verarbeitet in einer Raffinerie, in unserer großen Raffinerie in Schwächert, betrieben von der OMV. Und was entsteht dort? Kraftstoffe und sogenannte Olefine, beide auf der Basis letztlich von erneuerbaren Inputs. und dann geht es weiter zur Unternehmung Borealis, das ist unsere größte Unternehmung im Bereich der Kunststoffe und dort sollen eben Kunststoffe, Polymerie entstehen, die dann interessanterweise wieder rezyklierbar sind. Und was ich hier zeigen möchte, ist eben, dass es denkbar ist, sogar in diesem Bereich Kohlenstoff zu rezyklieren. Das Ganze ist noch im Projekt Stadium. Das Projekt wird jetzt auf der zweiten Stufe des EU Innovation Fund evaluiert und wir hoffen, dass es einen Zuschlag bekommt. Aber es wäre ein Meilenstein, um zu zeigen, wie im Bereich dieser Hard-Ther-Bate Industries Kohlenstoff Kreisläufe initiiert werden können und natürlich gibt es hier dazu noch sehr viel zu sagen. Und dann zeige ich Ihnen ein drittes Beispiel, von dem ich glaube, dass wir in Österreich starke Signale setzen, nämlich die Verwendung von Zement als Speicher. Also ich unterstütze natürlich alles das, was Frau Finke schon gesagt hat im Bereich des Bauens, aber ich will auch aufmerksam machen, dass wir vielleicht bisher unterschätzt haben, wie sogar Zement einen positiven Beitrag zur Vermeidung von CO2-Emissionen leisten kann. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was wir uns im Detail auf der Zunge zergehen lassen sollen. Und der Kern ist die sogenannte thermische Bauteilaktivierung. Da werden in die Decken ganz simple Wärmetauscher eingebaut und diese Wärmetauscher werden womit verbunden? Mit Photovoltaik, mit Solarthermie, aber ganz wichtig ist dann auch die Verbindung mit sogenannten Energienetzen und Tiefenporungen und auf diese Weise bekommen wir auch saisonale thermische Speicher und das Endergebnis sind eben Baustrukturen, die keine Klimaanlage brauchen, die also wirklich in der Lage sind, über das Jahr eine angenehme Innentemperatur bereitzustellen. Und da erlaube ich mir zu sagen, dass wir hier sehr viel von der Schweiz gelernt haben, was sich hier im Bereich der Schweiz schon entwickelt, wo wir meiner Meinung nach in Österreich noch ein Add-on haben, das ist wirklich die thermische Bauteilaktivierung. Da habe ich also in den Projekten, die ich im Ausland gesehen habe, vielleicht noch zu wenig gesehen und vielleicht sind das alles Anregungen, in welche Richtung wir uns bewegen können. Um was zu erreichen? Um im Gebäudebereich in den Zeitdimensionen, die wir uns gesetzt haben, und das ist Österreich 2040, das ist EU-weit 2050, Klimaneutralität zu erreichen. Das wäre es von meiner Seite. Danke. Ja, ja, vielen Dank. Das waren ja drei spannende Beispiele. Ihnen euch allen vielen Dank auf dem Panel. Bevor wir jetzt die Diskussion eröffnen, würde ich noch mal kurz David Hagebölling das Wort erteilen, um vielleicht, wenn er möchte, kurz zu reagieren, und danach kann ich sagen, feuerfrei, melden Sie sich, wenn Sie eine Anmerkung oder eine Frage haben. Ja, herzlichen Dank. Also, ich fand das auch sehr spannend, auch die unterschiedlichen Perspektiven, und ich finde es vor allen Dingen immer interessant zu sehen, auch, welche Herausforderungen dann Unternehmer und die Industrie haben, das sind die Beispiele jetzt zum Beispiel, also, haben wir das Beispiel von Frau Hoffmann natürlich, die als jemand, der ja sozusagen domain-spezifisches Wissen hat, aber ist kein Technologie-Hintergrund im engeren Sinne, wie sie so ein Technologie-Unternehmen aufbaut, das finde ich ganz spannend, und mich würde schon auch nochmal interessieren, was da so die Hürden waren, spezifisch halt eben auch diesen technischen Fortschritt zu machen, Leute einzustellen, vielleicht an das Kapital zu kommen, denn häufig kann es ja gerade daran scheitern, und andererseits würde mich bei Herrn Schleicher auch nochmal interessieren, das Beispiel, also wo diese verschiedenen Konzerne zusammenarbeiten, ja, um diesen Kohlenstoff, diese Kohlenstoff- Rezyklierung zu machen, und das fand ich interessant, und vielleicht können Sie auch nochmal so ein bisschen darüber berichten, wie das eigentlich in der Praxis abgelaufen ist, wie sich diese Konzerne zusammengefunden haben, und inwiefern dann vielleicht auch der Staat eine Rolle gespielt hat. Also die Frage war nochmal einfach über die Hindernisse oder Hürden zum Einstellen von einem Start-up, das im Tech-Bereich ist, wenn man keinen Tech-Hintergrund hat. Ja, also für uns vielleicht wie zu der Technologie überhaupt, wir nutzen ja Bildanalyse und Machine Learning Algorithmen, um diese Lebensmittelabfälle zu erkennen, und wir haben das eigentlich bei Tesla gesehen, damals 2016, weil wir, Tesla kam auf mit den Self-Driving Cars, und da haben diese Technologie Image Processing zum ersten Mal so ein bisschen beobachtet, und dachten so, hey, also für uns war klar, wir müssen was Automatisiertes für unsere Kunden haben, die dürfen nichts, also es gab schon manuellere Lösungen auf dem Markt, wo man in einem iPad zum Beispiel eintippen musste, was man entsorgt, und es geht halt einfach, das braucht einfach seine Zeit, und in der Gastronomie, also die Leute haben diese Zeit einfach nicht, vor allem während Rush Hour, und wir wussten, es darf keinen Knopf haben, es muss vollautomatisch gehen, und da müssen wir jetzt eine Technologie dafür finden, und da kam uns eben Bildanalyse sehr spannend vor, wir dachten, wenn ein Auto erkennen kann, was für Straßen, wo Bäume stehen, und so weiter, dann können wir das ja mit Foodways machen, und diese Algorithmen quasi auf Foodways trainieren, haben uns das sehr vielleicht naiv auch sehr einfach vorgestellt, also nicht einfach, aber halt ja machbar, und dann war aber schnell klar, als wir mit Professoren von der EPFL, das ist eine Technikuniversität wie die ETH, aber in Lausanne halt gesprochen haben, dass das nicht so einfach ist, die meisten Leute meinten dann auch, das ist gar nicht möglich, man muss irgendwie Knöpfe haben, oder irgendwas, und wir haben uns da eigentlich wirklich vehement dagegen gestemmt, bis wir jemanden gefunden haben, der sagte, ja, ich kann euch das bauen, und dann haben wir mit dem halt angefangen, das war unser erster CTO dann, aber mit dem hat es dann leider auf einer persönlichen Basis überhaupt nicht gepasst, er hatte auch andere Ziele in dem Unternehmen, also wir hatten sehr klar unsere Werte und warum wir das machen und er war da anders aufgestellt und das hat dann wirklich einfach so nicht gepasst und dann musste er leider wieder gehen und das war natürlich in so einem Anfangsstadium, wir waren gerade mitten in unserer ersten Finanzierungsrunde und das war natürlich nicht eine einfache Situation, haben das dann trotzdem hingekriegt, aber und dann jemanden gefunden, mit dem wir durch ein Projekt schon zusammengearbeitet haben und das gab uns das Vertrauen dann, dass wir auch ihm vertrauen können als Person, diese Firma mit uns mit zu gründen in dem Sinne. Ja, also vielleicht um zuzufügen, warum mich das interessiert ist, denn ein Punkt, das ist auch auf europäischer Ebene, wenn man darüber spricht, was sind sozusagen auch Bereiche und Nischen, wo europäische Länder technologisch spüren sein können, häufig ist der Punkt, dass wir in Europa unfassbar viel domainspezifisches Wissen haben, ob das jetzt in der Industrie ist oder ob das jetzt beispielsweise im Bereich Hotellerie oder so ist und wo dann immer die Hürde ist, wie kommt man eigentlich von diesem domainspezifischen Wissen, was häufig in Europa oder zumindest ich kann es ja jetzt aus deutscher Perspektive sagen, Industrielles, wie kommt man dann hin zu einem Technologieunternehmen, personell und auch vom Ökosystem her und deswegen hat es mich sehr interessiert, was so die Hürden sind, aber bei euch war das ja dann so, dass ihr wahrscheinlich auch einfach die richtige Person gefunden habt im Moment, vielleicht auch durch die Universität, die vor Ort war. Genau, also wir hatten auch viel Glück, muss man auch sagen. Also ich sage natürlich, ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt von dem, was die Frau Hoffmann uns hier erzählt und ich kann auch hier wiederum anknüpfen, ich glaube, die Grundstrategie lautet jetzt immer wieder, bisherige Sektorgrenzen zu verlassen. Also und das gilt für das Beispiel, das ich versucht habe, für dieses C2PAT-Projekt Ihnen zu präsentieren, genauso. Wie ist hier die Genesis? Die Genesis liegt interessanterweise bei der Zementindustrie und zwar gibt es, ist mir gesagt, innerhalb von Lafarge-Holzim einfach eine Absicht, ich sage das sehr vorsichtig, irgendwo einfach einmal auszuprobieren, was in diesem Bereich denkbar wäre und aus irgendeinem sehr freudlichen Grund ist dafür Österreich gewählt worden und dort gibt es innerhalb des Managements wirklich eine sehr, sehr aktive Suche nach Möglichkeiten, wie die Zementindustrie in 10, 20 und 30 Jahren aussehen könnte. Das ist sozusagen der Nukleus der Ideenbildung und dann ist dazu gekommen Verbund, das ist unsere größte Unternehmung im Bereich der Bereitstellung von Elektrizität, die für sich darauf gekommen ist, dass Elektrizität eine Schlüsselrolle spielen wird bei allen Transformationsvorgängen, die wir uns in der nächsten Zeit vorstellen können und im Speziellen bei der Industrie mit Wasserstoff. Das heißt, es war sehr naheliegend für Verbund, sich im Bereich Wasserstoff jetzt stark zu machen und es gibt sehr intensive Forschungsaktivität in diesem Bereich, sodass das jetzt im ersten Schritt naheliegend war, dass sich diese Lafarge im Bereich Zement mit Verbund über Wasserstoff einmal gefunden haben. Und die nächste Frage war natürlich jetzt, ist es wirklich denkbar, dass wir bei der Abscheidung von CO2 nicht bei einer Speicherung bleiben, sondern auch in die Utilization gehen? Und da war es naheliegend im nächsten Schritt eine Unternehmung als Partner zu suchen, die hier schon Kompetenz hat. Und das war im nächsten Schritt die OMV und Borealis ist dann deswegen dazugekommen, weil es natürlich naheliegend war, die Grundstoffchemie, die von der OMV kommt, jetzt in hochwertige Polymere zu verwandeln. Und jetzt gibt es aber noch eine Feinheit. Seit 1. September ist der frühere CEO von Borealis jetzt der CEO von OMV. und ich glaube, das ist auch ein ganz starkes Signal, wie sich ein konventioneller Öl- und Gaskonzern in den nächsten Jahren verändern könnte, nämlich zu einem Chemiekonzern. Und das Gesamtbild sind natürlich jetzt ganz neue Clusterstrukturen aus den bestehenden Unternehmungen, wo es durchaus denkbar ist, dass früher, dass irgendwann einmal in der nächsten Zeit das, was wir heute mit sektorübergreifenden Aktivitäten in Clustern betrechnen, einfach integrierte Unternehmungen werden. Ja, vielen Dank, bevor ich jetzt das Wort erteile für eine Frage, nochmal kurz zurück an Kira Finke, die nämlich gleich los muss, ob sie noch mal reinkommen will, oder ist sie noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, dann bitte sehr. Dankeschön. Ja, sehr, sehr spannende Diskussion hier schon und Entschuldigung, dass ich gleich leider verfrüht los muss. Ja, ich finde, das hat jetzt nochmal ganz stark aufgezeigt, die Diskussion, dass wir eigentlich so ein Strauß von Technologien, ein Strauß von neuen Experimenten auf Art und Weise verfolgen müssen, um diese große Herausforderung Klimawandel, Anpassung, Klimawandel, Emissionsminderungen zu lösen. Und da denke ich, braucht es eben diese Neugier auf Innovation, gleichzeitig aber auch die Frage, okay, was haben wir denn schon an Technologien, die wir vielleicht verdrängt haben vom Markt, durch eben den Ausbau der fossilen Infrastruktur. Und nochmal auf das Bauwesen einzugehen, weil ich finde das sehr spannend, was Herr Schleicher vorgestellt hat und denke auch, dass das für Bereiche gerade hier vielleicht in Deutschland, in Europa eine wichtige Rolle wird spielen können. Aber gleichzeitig ist auch die Frage, klar, wenn ich erstmal etwas rezekrieren muss sozusagen, dann habe ich gleich natürlich höhere Kosten, wenn ich diesen Kreislauf sozusagen beginne, indem ich etwas freisetze und das dann wieder versuche umzusetzen. Ich halte das für notwendig natürlich, aber gleichzeitig, wenn ich schaue, wo auch Zement heutzutage eingesetzt wird und wo es wahrscheinlich diesen erhöhten Urbanisierungsbedarf gibt. Ich meine, wenn wir uns jetzt Deutschland, Schweiz, Europa angucken, da werden jetzt die Städte wahrscheinlich nicht in den nächsten 100 Jahren komplett neu gebaut werden, sondern da geht es eher um eine Veränderung in der Struktur, vielleicht einzelne Gebäude und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie es zum Beispiel in Bangladesch, in Indien, in anderen Ländern aussieht, dann sehen wir eben, dass Menschen eben auch mit ganz einfachen Mitteln Zement nutzen, weil sie es als modern sozusagen empfinden. Das ist sozusagen ihr Empfinden, dass das Innovation bedeutet. Gleichzeitig wird es aber nicht richtig benutzt. Es wird zum Teil Zement mit Salzwasser gegossen, das verursacht Emissionen, das bröckelt dann, dann ist es tatsächlich dort sehr heiß. Die haben eben nicht den Zugang zu diesen innovativen Konzepten, die sie vorgestellt haben. Und da denke ich schon, dass wir auch eine Rolle spielen können, hier zu überlegen, okay, wie können wir eigentlich bauen für die Slums der Welt? Wir haben eine Milliarde Menschen ungefähr, die in Slums leben, die dort auch Klimafolgen ausgesetzt sind, die eben wiederum von unseren Emissionen erzeugt sind. Und wie können wir denen eigentlich ein würdiges Leben ermöglichen? Und da denke ich, ist eine Rückkehr eben auch zu traditionellen Bauweisen, sozusagen angereichert mit neuen Technologien, also ein Bambushaus mit Solarpaneel, solche Ideen. Das denke ich, das müssen wir auch den Architekten, den Tech Cracks sozusagen der Zukunft mitgeben, dass wir den Blick erweitern und nicht nur gucken, okay, wie können wir hier noch unsere Situation optimieren, sondern eben auch dort, wo es wirklich jetzt brennt, ja, Hilfe leisten und Impulse geben, damit die Menschen sich dort auch selber helfen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Amadeo, du hattest eine Anmerkung oder Frage? Ja, vielen Dank. Total spannende Vorträge, auch schon eine gute Diskussion, ich freue mich sehr. Meine Frage als Startup-Gründer selbst und CEO von einem Early-Stage-Startup interessiert mich natürlich Anastasia, welche Herausforderungen du stößt in dem Markt und David hat eingangs gesagt, wir leben in Europa in einer doppelten Transformation. Ich selbst kenne die Herausforderungen der digitalen Transformation, wie schwer sich Unternehmen tun, tatsächlich eine Innovation und einen Wandel zu übernehmen und ich glaube tatsächlich, du trägst die Last bei der Transformation auf deiner Schulter und zwar nicht nur mit Innovation überzeugen zu müssen, sondern auch mit dem Purpose überzeugen zu müssen und deswegen würde mich das einfach mal interessieren, wie die Gespräche laufen mit potenziellen Partnern und Kunden und welche Herausforderungen denn du wirklich in der Praxis triffst, während wir von Makroveränderungen sprechen, die notwendig sind, um eine nachhaltige Wirtschaft zu gestalten. Ja, danke für die Frage, ich musste lachen, als du wegen der digitalen Transformation was gesagt hast, weil unsere Kunden ist die Gastronomie-Industrie und die sind ja nicht bekannt dafür, dass sie jetzt die digitalisierteste Branche sind, wir sind jetzt auch vor allem noch in der Schweiz tätig, haben erste Pilotprojekte in Australien, Brüssel und auch in Deutschland, aber die Schweizer haben auch nicht so den Ruf, dass sie sehr ja in gewissen Branchen würde ich sagen, Hotellerie ist halt wirklich Tradition und das haben sie uns auch öfters klar gemacht. Also die Digitalisierung, das ist sehr spannend, das haben wir jetzt gesehen, hat Covid eigentlich uns sehr geholfen, weil dadurch halt unsere Kunden auch plötzlich mal einen Online-Call machen mussten, das war am Anfang extrem schwierig, immer noch für die einen, die haben keine Mikrofons, sind nicht eingerichtete Kameras, es ist wirklich spannend, aber da hat Covid sehr viel getan, also das hat uns eigentlich in dem Sinne geholfen, weil wir jetzt auch Online-Customer-Support machen können, das war vorher nicht denkbar, weil die möchten halt immer, dass man vorbeikommt und einen Kaffee mit ihnen trinken, das ist eigentlich auch sehr schön, aber halt nicht sehr skalierbar. Das ist das eine. Das andere, was wir gesehen haben, jetzt mehr in der Klimafrage, Food Waste, da haben wir eine große Veränderung bemerkt, seit wir angefangen haben, da mit den Grüngesprächen, da mussten wir wirklich 2017, mussten wir den Leuten erstmal erklären, warum Food Waste messen und reduzieren überhaupt Sinn macht, also den einen war es natürlich klar, aber der Mehrheit war wirklich so, aber wieso sollte ich das machen und das war eher noch so eine Education da und jetzt haben sich die Gespräche auch eher verändert, meistens war dann auch noch, vielleicht nochmal kurz zum Anfang war es so, wir haben kein Food Waste, das konnte niemand zugeben, was natürlich überhaupt nicht stimmt, ich meine, wo man mit Lebensmitteln arbeitet, da fallen halt Abfälle an und das ist auch ganz normal und darüber darf man auch sprechen, aber das war halt auch früher noch so, nee, haben wir nicht und das hören wir jetzt viel, viel weniger, also dass wir, wenn wir jetzt ein Kundengespräch haben, merken wir, wir müssen nicht mehr erklären, warum Messen Sinn macht, das ist allen jetzt bewusst, jetzt geht es mehr noch darum, warum mit uns und was für Leistungen wir ihnen bringen können und was sind die Resultate und da haben wir wirklich diesen Shift bemerkt, dass das mit den Kunden, die sich da auch jetzt mit der Zeit halt mit dem Thema jetzt mehr und mehr ein Thema wird, in der Schweiz gibt es kein Food Waste Gesetz, aber das Barfood, das Bundesamt für Umwelt macht da schon einiges an Informationen auch und Statistiken, die da geteilt werden und was jetzt, was auch eine Diskussion ist, aber mal schauen, ob das durchkommt, Food Waste in Supermärkten zu verbieten, das hat Frankreich schon gemacht und das ist so ein bisschen etwas, was jetzt im Parlament auch vorgeschlagen wurde, aber noch nicht konkret, glaube ich, durchgesetzt werden kann. Weiß nicht, ob das eine Frage soweit wir beantworten. Absolut, vielen Dank. An der Stelle kurze Nachfrage zu dem Thema Food Waste und Regulation, Florian Michael ist hier aus Wien, und zwar, ich wollte fragen, inwieweit kann sowas ohne Regulation funktionieren, also gibt es eigentlich eine wirtschaftliche Motivation für die Gastronomie überhaupt Food Waste einzusparen oder ist es nur ein heeres Ziel, was vielleicht durch so eine Regulierung verstärkt werden kann? Also ich würde ganz klar der Aussage zustimmen, dass durch Regulationen sicher viel, viel mehr erreicht werden kann. Es gibt einen wirtschaftlichen Anreiz für den Kunden, sie können ihren Wareneinsatz reduzieren, aber da haben wir wie auch noch, da sind wir noch recht am Anfang, wir haben Case Studies, aber da muss man die Kunden überzeugen und die einen sind sehr kritisch und sie müssen halt Geld ausgeben, um Geld einzusparen, vielleicht, wenn die Küche das gut mitmacht und das ist ihnen wie noch so zu wenig konkret und wir sehen jetzt wirklich, dass mehr und mehr Kunden, vor allem die, also unsere Kunden sind größere Kantinengruppen und Hotelgruppen, nicht die kleinen individuellen Restaurants, aber die haben meistens, diese Gruppen haben meistens schon so Nachhaltigkeitsziele, wo sie auch Reporting machen müssen und Food Waste ist eigentlich sehr ein gutes Reporting, dass man über das machen kann, wenn man es misst, weil dann hat man direkt schon eine Zahl dahinter, weil das ist ja öfters das Problem bei Nachhaltigkeitsthemen, dass man vielleicht auch nicht unbedingt an die Zahlen kommt und ich meine, wir können dann einen Durchschnittswert für ein Kilo Food Waste und so viel CO2 Equivalent können wir geben, das ist natürlich ein Durchschnittswert, muss man ganz klar sagen, weil ob man jetzt eine Erdbeere im Sommer aus der Schweiz isst oder im Winter aus Spanien oder wo auch immer her, das ist ganz ein großer Unterschied, aber man kann da wenigstens etwas reporten und sehen, ob man sich in die richtige Richtung bewegt. Aber um zurückzukommen, ich würde von der Politik erwarten, dass Regulationen kommen, dass vielleicht finanzielle Anreize von der Politik auch dadurch verstärkt werden können, weil nur so sehe ich, dass wir wirklich dieses Ziel von 2030 gut resolvieren wirklich erreichen. Ja, vielen Dank. Ich höre gerade, wir müssen gleich ein paar Minuten früher Schluss machen, von daher würde ich jetzt einmal David Hagebillen fragen, ob er noch eine Frage oder Anmerkung hat. Vielleicht einfach eine kurze Anmerkung, auch einfach jetzt aufgrund des KITRO-Beispiels. Also, was ich daran interessant finde, ist, dass mein Eindruck lange war, dass gerade im Bereich der Fokus sehr stark darauf war, also wo kommt das Essen her, ist es sustainable, bekommt es aus der Region beispielsweise werden Transportkosten vermieden und dass er jetzt die andere Seite angeht, also dass man halt dadurch, dass man rausfindet, was man eigentlich verbraucht, was man auch vielleicht verschwendet, überhaupt die Gesamtmenge des Konsums erstmal reduziert. Und ich glaube, das sind so Parallelen und vielleicht Umdenken, dass es in einigen Industrien gibt. Ich kann das vielleicht anmerken, am Hasso-Plattner-Institut gibt es einiges an Forschung zu, sozusagen auf der Computer Science, auf der Informatikseite dazu, wie man so nachhaltiger werden kann und was man halt schon sehr stark sieht, wie zum Beispiel, dass es im Hardware-Bereich verfolgt wird, weil es da den wirtschaftlichen Anreiz gibt, also das kam ja auch ganz mal zur Sprache, dass man eben weniger Energie verbraucht, dass man halt auch einfach technisch weniger Wärme emittiert, weil man dann leistungsfähigere Systeme bauen kann. Aber auf der Software-Seite zum Beispiel häufig die Anreize noch nicht so stark ausgeprägt sind. Also das ist halt für einen Software-Entwickler, der sozusagen beginnt, etwas zu schreiben, für eine Hardware noch gar nicht so im Kopf oder im Mindset ist, dass er die Software nicht nur, sagen, aus Effizienzsicht, was den Computational-Task angeht, schreibt, sondern auch immer im Kopf hat, welche Effizienz oder Energieauswirkung später der gebrauchte Software hat. Wir haben das im Bereich künstliche Intelligenz also ganz stark, was einerseits eine Chance ist, um vieles effizienter zu gestalten, aber andererseits natürlich auch wahnsinnig viel Emissionen produzieren kann. Also insofern, das ist eine kleine Anmerkung. Ich finde das spannend, weil sich vieles davon, was jetzt also in diesem Bereich, der erstmal ganz anders scheint, als vielleicht das jetzt bei Server-Infrastruktur oder KI ist, doch so viele Parallelen gibt. Ja, vielen Dank. Also wir müssen jetzt leider schon fast zum Schluss kommen. Ich muss ehrlich sagen, erstmal vielen Dank, David und den drei Panelistinnen und Panelisten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nach dieser Runde eigentlich optimistischer als vorher, was für mich jedenfalls selten vorkommt, wenn man sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Anastasia Hoffmann hat eingangs gesagt, auf ihr Unternehmen bezogen, man hatte keinen Überblick und das gilt ja für, glaube ich, für relativ viele Aspekte dieses Themas. Für mich ist, ehrlich gesagt, sehr anschaulich geworden, sowohl bei dem Startup-Beispiel von Anastasia Hoffmann, aber auch bei den Beispielen aus der Großindustrie, wie die Herr Schleicher vorgestellt hat, es gibt ein Business Case für Nachhaltigkeit und für Klimaschutz. Das wäre mein erstes Take-away und das Zweite ist, wir sind in der Region, glaube ich, ganz gut aufgestellt dafür. Also ich erinnere noch mal an die Landkarte, die Kira Finke über wissenschaftliche Publikationen eingeblendet hat, wo Europa sowieso grün und übrigens die Schweiz, wenn ich es auf meinem Monitor hier richtig erkannt habe, ganz besonders dunkelgrün markiert war. Wir haben jetzt relativ wenig gesprochen über die politischen Rahmenbedingungen, einige haben das angerissen, ich glaube, das wäre auch mal eine eigene Diskussion wert. Was für mich auch bei diesem Aspekt, wir sind gut aufgestellt, interessant war, war der Aspekt geografische Nähe. Herr Schleicher hat das Beispiel zwischen Österreich und der Schweiz geschildert, aber über diese Einzelbeispiele hinaus scheint mir dann eben doch das für mich ganz interessante Ergebnis. Wir sind relativ gut aufgestellt in Europa und dann bleibt die Frage natürlich, die Kira Finke, die jetzt weiter gehen musste, was bedeutet das für unsere Verantwortung für die globale Herausforderung, Anpassung und Vermeidung, Anpassung an den Klimawandel und weitere Vermeidung. Damit schließe ich jetzt für heute Ihnen allen vielen Dank, besonders natürlich denen, die aktiv beigetragen haben auf dem Panel und David für seinen Beitrag und wünsche Ihnen allen in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.